Du möchtest eine Übung mit vielen Variationsmöglichkeiten für dich und dein Pferd? Eine Übung, die gymnastizierend wirkt, koordinative Ansätze beinhaltet und eure gegenseitige Kommunikation schult? Eine Übung, die im bildlichen Sinne Glück bringt? Dann habe ich das Kleeblatt für dich. In diesem Online-Kurs zeige ich dir, wie du das Kleeblatt geritten und vom Boden aus in eure Arbeit integrieren kannst. Ich zeige dir, wie es die Balance deines Pferdes und eure klare Kommunikation fördert. Du erhältst zahlreiche Möglichkeiten und Varianten, die du je nach Ausbildungsstand in dein Training integrieren kannst. Jetzt wünsche ich dir viel Glück und natürlich Freude beim Ausprobieren deines vierblättrigen Kleeblatts. Den Link findest du unter diesem Video. Vielen Dank.